Hey und herzlich willkommen bei Wuff und Weg, unserem Reisepodcast mit Geschichten aus dem Campervan. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema, wieso Vanlife und wieso jetzt? Aber wo fangen wir da am besten an? Ich würde sagen, es war einmal, nein Spaß. Es ist ja kein Märchen, was wir heute erzählen, aber wir müssen zu dem Thema ein wenig weiter ausholen und da glaube ich, fangen wir wohl am besten mit mir an. Hey, wieso fangen wir dann nicht mit mir an? Ganz einfach, weil du damals noch gar keine Berührungspunkte mit Vanlife hattest. Also lass mich jetzt einfach mal kurz erzählen. Ja stimmt, das Thema Vanlife hast ja eigentlich du in unser Leben gebracht. Von dem her macht es durchaus Sinn, dass du anfängst. Wer uns ja schon länger folgt, beziehungsweise auch mir, denn es hat damals alles, also Instagram und das Reisen etc. mit mir gestartet, der weiß, dass ich 2016 bis 2017 für neun Monate auf Reisen gegangen bin. Und da war der erste Stopp Neuseeland. Und ich oute mich hier gleich mal als der größte Herr der Ringe Fan, denn vor der Reise habe ich mir sogar eine Neuseeland-Karte geholt, alle Drehorte mit Post-its markiert, um so grob meine Route zu planen. Und ihr glaubt es nicht, ich habe sogar echt fast alle Drehorte besucht. Ja, das stimmt. Sie ist da wirklich der größte Herr der Ringe Fan, den ich kenne. Sie sammelt da irgendwie alles, was mit Herr der Ringe zu tun hat. Und auch schauen wir jedes Jahr die Filme mehrmals an. Und eigentlich darf man das gar nicht laut sagen, aber wir schauen immer die Special Extended Edition an. Und das eigentlich immer abends, wo dann gefühlt jeder Film über vier Stunden dauert. Und ich habe es bisher immer wieder geschafft, dass ich nie den kompletten Film gesehen habe, weil ich immer dabei einschlafe. Wohlgemerkt hat er das bis heute nicht geschafft. Also er hat keinen von den drei Teilen zu Ende gesehen. Also er weiß nicht mal, wie es ausgeht. Aber kommen wir zurück zum Thema. Die vier Monate, die ich in Neuseeland verbracht habe, waren wirklich auch die schönsten Monate. Und dort habe ich damals meinen ersten Berührungspunkt mit dem Vanlife gehabt, denn ich habe mir meinen ersten Van Bob gekauft. Und ich kann euch gar nicht mehr sagen, welche Marke er war, aber er hat definitiv einiges mitgemacht und hat uns wirklich von A nach B getragen. Da könnte ich euch Geschichten erzählen, die würden jetzt hier den Rahmen sprengen. Dazu würde ich eigentlich gerne meine eigene Podcast-Folge machen, denn auch ich kenne da noch nicht alle Geschichten und eigentlich wäre ich schon ein bisschen neugierig darauf. Gar keine so schlechte Idee. Vielleicht sogar mit ein paar Leuten aus Neuseeland, die ich dort kennengelernt habe. Aber genau dort in Neuseeland mit Bob und den ganzen wunderbaren Menschen fing sozusagen für mich das Vanlife an. Damals noch in abgespeckter Version, muss ich auch dazu sagen. Denn einen Kühlschrank oder geschweige denn eine Trenntoilette oder eine Dusche hatte ich da noch nicht dabei. Es hätte definitiv einiges leichter gemacht, aber es war einfach eine Erfahrung, die ich nicht vergessen werde. Und ich habe es auch nie vergessen, denn ab und zu schweipften natürlich auch meine Gedanken immer wieder zu dieser Zeit zurück. Und da uns während Corona 2021 beiden so quasi die Decke auf den Kopf fiel, kam ich abends mit der einen Schnapsidee um die Ecke einfach mal so den Camper-Van selber auszubauen und einen zu kaufen. Kannst du dich noch an den Abend erinnern, Andreas? Ich glaube, ich habe dich quasi mit der Idee erschlagen, aber du warst auch erst mal so gar nicht davon angetan. Ja, das war auch irgendwie nicht nur ein Abend. Das waren ja viele Abende. Du hast ja immer wieder mit dem Thema angefangen. Ja, es war mir einfach wichtig. Und da du von Anfang an irgendwie noch nicht so ganz begeistert warst, dachte ich mir, ich musste dich ein bisschen überzeugen von dem Thema. Ich glaube, ich habe dir mindestens einmal pro Woche Bilder vom Vanlife, vom Vanaspa oder sogar von Vans zum Kaufen gezeigt, damit ich dich ein bisschen weich kochen kann. Aber es hat ja irgendwie geklappt, oder? Ja, das stimmt. Ihr müsst wissen, ich habe mit dem Thema Vanlife eigentlich bisher so noch nie Berührungspunkte gehabt. Und ich war zwar das ein oder andere Mal selten, aber so richtig darüber nachgedacht habe ich da eigentlich nie wirklich. Ich war dann immer mit Hotelurlaub glücklich und konnte mir das eigentlich gar nicht so vorstellen, im Camper in Urlaub zu fahren. Klar, man träumt sich irgendwie mal ein bisschen hinein, wenn man dann die ganzen Bilder und Videos aus Instagram sieht. Aber für mich war klar, das sind halt immer nur Momentaufnahmen und kleinste Ausschnitte aus dem Leben im Van. Außerdem bin ich selbst eher der Sicherheitsmensch und für mich kam das eigentlich nie in den Sinn, einfach mal so alles liegen und stehen zu lassen und spontan ohne Ziel einfach loszufahren. Aber nachdem Christine sich dann da so ins Zeug gelegt hat, ja, habe ich dann zugestimmt, dass wir uns einfach mal einen Van ausbauen könnten und dann auch für kurze Urlaube oder mal für ein Wochenende damit wegfahren können. Gesagt, getan. Wir haben nach einigen Vanbesichtigungen und ich kann euch sagen, es waren nicht wenige, unseren Van gekauft. Den haben wir dann ganz liebevoll Lotte getauft und haben sie dann sechs Monate neben der Arbeit und am Wochenende ausgebaut. Es wurde dann zu einem Herzensprojekt für uns beide. Erstens, weil man in der Corona-Zeit eh nicht viel unternehmen durfte und zweitens, es hat uns die gemeinsame Zeit beim Van als Paar gut getan. Man steht nämlich dort vor einigen Herausforderungen, muss Neues lernen und vor allem muss man auch Kompromisse eingehen und lernt auch seinen Partner von einer ganz anderen Seite kennen. Aber seien wir auch ehrlich, nach den sechs Monaten waren wir echt froh, dass er endlich fertig war, um unser erstes Land zu bereisen. Die sechs Monate waren echt anstrengend, haben uns viele Nerven geraubt, aber es war auch echt schön, gemeinsam was aufzubauen und von dem her würde ich jederzeit wieder einen Van ausbauen, weil das gemeinsam was Neues erschaffen einfach echt Spaß gemacht hat mit dir. Lust hätte ich natürlich auch schon wieder darauf. Aber gestartet haben wir dann in Schweden und dann kamen auch Norwegen, Dänemark, Frankreich, Schottland und noch ganz andere Länder hinzu. Und das alles aber während unserer Urlaubszeit. Und ich glaube, jeder normale kennt, dass die Urlaubstage sind begrenzt und es gehört einiges an Planung hinzu, dass alles so klappt wie gewünscht. Vor allem, wenn der eine Part in der Beziehung remote arbeiten kann und somit gar keine Probleme mit dem Vanreisen hat und der andere Homeoffice beantragen muss oder sich den Urlaub so legen muss, damit man vielleicht ein, zwei Wochen länger bleiben kann. Ist schon sehr anstrengend eigentlich. Ja, vor allem, ich meine, die Teilzeitreisen während des Urlaubs waren schon auch echt cool, weil man da einfach immer Freizeit hat und so quasi seinen Urlaub dann voll genießen kann. Aber es hat halt auch den Nachteil, dass man dann einfach unglaublich schnell reist. Man fährt in kurzer Zeit einfach so unfassbar viele Kilometer, weil man von dem Land dann so viel wie möglich sehen möchte. Oder man hat dann auch schon einen sehr langen Anreiseweg. Und das schlaucht wieder zusätzlich. Und so schön Vanlife auch ist, Teilzeit mit dem Van wegzufahren in Kombination mit Fast Traveling ist nicht wirklich entspannt. Man hetzt quasi von einem Stellplatz zum anderen, möchte am besten alle Sehenswürdigkeiten mitnehmen und dann die nächste noch dazu, weil der Gedanke da ist, wir sind ja jetzt hier. Also müssen wir uns das jetzt anschauen, denn wir wissen nicht, wann wir wieder zurückkommen oder wann wir wieder die Zeit haben, um ein Land nochmal so lange zu bereisen. Ja, das stimmt. Das führt dann dazu, dass wir nach solchen Reisen zu Hause ankommen und eigentlich immer noch total im Stress sind und dann schon wieder Urlaub vom Urlaub brachten. Dazu kam noch, dass in den letzten zwei Jahren und besonders dieses Jahr einiges privat bei uns hinter den Kulissen passiert ist, was uns vor allem körperlich und psychisch mitgenommen, aber auch aus der Bahn geworfen hat. Und ab dem Zeitpunkt haben wir uns mit der Frage als Paar auseinandergesetzt, wo möchten wir eigentlich in Zukunft hin und was wünschen wir uns eigentlich denn für unsere Zukunft? Denn so wie unser Alltag da damals gerade ablief und ab und an mal Urlaub zu machen, war nicht wirklich die Vorstellung von der Zukunft, die wir uns beide erträumt haben. Und dazu kam dann auch noch die Überlegung, ob wir uns unser Geld in ein Eigenheim investieren sollten oder jetzt doch lieber unser Geld in unsere Träume stecken sollten, um einfach mehr von der Welt zu sehen. Und ja, Eigenheim ist auch ein weiterer Traum von uns. Ich glaube, der bleibt auch noch bestehen. Aber ich glaube, da geht es nicht nur uns so. Denn bei den aktuellen Preisen auf dem Markt sind wir es nicht ein, uns bis an unser Lebensende zu verschulden, ohne wirklich gelebt zu haben. Und dann kommt noch zusätzlich die Stimmung hier in Deutschland hinzu, wo wir uns mittlerweile irgendwie etwas unwohl fühlen. Ja, das Thema war mitunter auch ein Punkt, unabhängig von den vorherigen Dingen, warum wir genau jetzt mit dem Thema Vanlife anfangen. Ich meine, uns war beide von Anfang an wichtig, später mal die gleichen Vorstellungen zu haben. Und da gehört eben auch ein eigenes Haus dazu. Ja, damals war es noch etwas günstiger, aber du triffst halt auch nicht gleich nach ein paar Monaten Beziehung die Entscheidung, gemeinsam ein Haus zu kaufen oder zu bauen. Und gerade jetzt, du hast es eh schon gesagt, mit den Preisen und Zinsen aktuell macht es einfach gar keinen Spaß, ein Haus zu kaufen oder zu bauen. Wir haben uns ja schon näher mit dem Thema Finanzierung auch beschäftigt und hatten da sogar schon Gespräche mit Beratern, die uns dann erzählt haben, dass viele es so machen, dass sie im Fall des Falles dann einfach die Kinder die Raten weiterzahlen lassen. Und das war für uns immer ein No-Go. Dann haben wir eben jetzt lieber kein Eigenheim. Und genau wegen sowas fiel uns eigentlich die Entscheidung, unseren Traum von Vollzeit-Vanlife und noch mehr von der Welt zu sehen, noch viel, viel einfacher, als es eh schon war. Allerdings hielt das zwar einige Hürden für uns bereit. Unter anderem mussten wir unsere Doppelhaushälfte kündigen, mit unseren Arbeitgebern wegen Remote-Arbeit reden, eine neue Base finden und so den Umzug wuppen. Und dazu kam noch der ganze Hochzeitstress dazu, da wir ja im September geheiratet haben. Also eigentlich alles andere als stressfrei. Aber der Wunsch nach Vollzeit-Vanlife und Slow-Traveling war einfach umso viel größer und stärker, sodass wir es dann durchgezogen haben. Und jetzt sitzen wir hier im Van und nehmen gerade unsere erste richtige lange Podcast-Folge auf. Zwar müssen wir das mit dem Slow-Traveling noch ein wenig üben und verinnerlichen. Aber das wird sicherlich, wenn wir nach Weihnachten Richtung Spanien und Portugal düsen. Ja, stimmt. Das Thema mit Slow-Traveling müssen wir noch ein bisschen üben. Aber wenn du mir vor drei Jahren gesagt hättest, dass wir später mal irgendwo in der Welt im Camper sitzen oder wie auch jetzt in Deutschland und einen eigenen Podcast machen. Ich wüsste echt nicht, ob ich damals gelacht oder geweint hätte. Nee, Schmann. Ich hätte es da einfach nicht geglaubt. Aber so wie das ja jetzt klingt, bist du schon irgendwie ein bisschen Feuer und Flamme, oder? Ja, schon. Es macht mir total Spaß. Sonst würde ich ja jetzt auch nicht hier sitzen und mit dir Podcast machen. Ja, das wäre ja noch schöner, dass du sagst, wir machen den Podcast, jetzt sitze ich hier und dann würdest du keinen Spaß daran haben. Ja, du weißt halt, wie du mich begeistern kannst. Und genau mit der Begeisterung freue ich mich auch schon auf die nächste Folge, denn da haben wir zwei Gäste an Bord, die wir zwar erst vor kurzem persönlich kennengelernt haben, mit denen wir uns aber direkt super verstanden haben und die auch bereit waren, mit uns eine Podcast-Folge aufzunehmen. Also seid gespannt. Falls dir unsere neue Podcast-Folge gefallen hat, lass uns doch gerne eine Bewertung da. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn du unseren Instagram-Account The Perfect Mix besuchst und folgen würdest, denn da kriegst du dann mit, wann die nächste Folge von Wuff und Weg mit Geschichten aus dem Camper-Van online geht und welche Abenteuer wir so momentan bestreiten. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.